Rower Der Rower kombiniert eine Ruderbewegung der Arme mit einer Beinpressbewegung nach unten. Dadurch werden große Muskelgruppen der Arme, der Brust, der Beine und des Gesäßes gestärkt. Im Alltag macht sich das durch eine bessere Grundkondition für Einkäufe und Spaziergänge bemerkbar. Die Allgemeinkraft verbessert sich, die gekräftigte stabilisierende Rumpfmuskulatur ermöglicht eine bessere Körperhaltung. Die trainierten Muskelgruppen befinden sich an der Brust, an den Schultern, an den Beinen und am Gesäß.